In der Abendsonne, bei der Regentonne, da sitzt ein bärtiger Zwerg und er lacht. Was hat er für Runde, fragt sich die Tolonne, da der hat sich aus Rüben was Feines gemacht. Sein Finger hoch, der tut immer gut, bei den Nadeln stehlen und Tadellischen. Als Kind an den Hütchen, da fühlt schon das Hütchen von Strom und Zettlinge grüßen sein. Unter einer Tanne, auf ner Alpenpfanne, ja da sitzt ein bärtiger Zwerg und er lacht. Was ist in der Kanne, da ne kleine Spanne von dem Hochbrot, sind die Gerüben zerfohlt. So ein Finger hoch, der tut immer gut, bei den Nadeln stehlen und Tadellischen. Als Kind an den Hütchen, da küche ich aus der Südchen von dem Hochbrot, sind die Südchen. In der Regenrinne, einer Mauernzülle, ja da sitzt ein bärtiger Zwerg und er lacht. Und er lacht, ob er vermischt wird, fragt ein Leiter Fette, doch dann kriegt er was ab. Und er lacht, ob er vermischt wird, fragt ein Leiter Fette, doch dann kriegt er was ab. Und er lacht, ob er vermischt wird, fragt ein Leiter Fette, doch dann kriegt er was ab.